... Ne, ich glaube nicht. Er packt gerade seine Sachen um. Also, bis auf überhaupt jemand bei uns ist, sind ja schon 30 Sekunden verloren. Geil. So, machst du das? Leucht schon oder was? Ja, das, wenn doch. Na, oder wir gehen einfach nicht mal ran. Lass dir deine Sachen stehen. Ja, passt. Los geht's. ... Amen. 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 Amen.